Hallo Leute und herzlich Willkommen zu Aura mit Yoshi und Peter. Das könnte so ein richtig geiles Intro sein, so wie bei Friends damals. So richtig episch fröhliche Musik und dann, und Peter, dann kommt so ein Blitzeinschlag. Peter, wir haben dich alle sehr lieb, wir können es nur nicht zeigen und wollen es auch nicht. Peter, wie sieht es eigentlich aus mit der Map, die gefällt dir, habe ich gehört. Also, ich war besser als Danny, das kann ich sagen. Und ich fand, meine Leistung war für jemanden, der eine Minecraft-Pause hat, sehr gut. Du hast die ganze Zeit meinen Arsch hinterhergegangen. Wenn ihr wissen wollt, was wir meinen, dann schaut euch auf jeden Fall das Video von Yoshi an, das heute ebenfalls auf seinen Kanal erschienen ist. Link ist unten eingebettet in der Video-Info, da findet ihr auch seinen Kanal und wahrscheinlich auch Peters Kanal, wenn ihr sich endlich mal geeinigt habt, auf welchen Kanal ihr jetzt endlich mal Videos machen möchtet. Ich rede jetzt gerade einen Doppelteil, was einfach keiner interessiert hat, was total unwichtig ist, was nicht um mich geht. Luft holen! Luft ist selber bewertet! Wer braucht diese Luft? Was ist das? Das ist viel zu teuer! Begehe ich eigentlich jeden, mir ist langweilig. Oh nein. Was ist das denn für ein scheiß Bug? Ein Bug? Ja! Und Leute, ich habe übrigens kein X-Way, ich weiß nicht, woran es liegt, aber ich sehe einige Blöcke nicht mehr. Er hat sich die Eier eingesetzt. Ich, nein, nein, es ist jetzt! Warte mal. Also, ich habe ganz viele Enderperlen. Nicht, dass jetzt für jemand auf dumme Gedanken kommt. Ich sehe manche Blöcke nicht mehr. No X-Way, no X-Way! Hashtag Hex! Oh nein, da ist die Schlampe. Wo ist die Schlampe? Wo ist die Schlampe? Ach, wir spielen ja den Modus, wo es erlaubt ist zu teamen. Das finde ich immer sehr lustig. Häschen! Peter, bist du das? Hey Peter, bist du das? Du bist Marker, du das? Stichseh, nehme ich und bin. Darf ich mal zu einer Frau bewusst? Hallo! Hallo! Mensch! Bist du fett geworden? Du bist hier zu sehen. Wie geht es dir heute? Ach stimmt, da gehen ja gar nicht die Blöcke kaputt. Nein. Ach man. Dann nehme ich die Enderperlen von dem andern Typen. Welche Enderperlen von welchen anderen Typen? Ich habe einen getötet, der mich fast getötet hätte und dann habe ich seine Sachen aufgesammelt. Jetzt habe ich wieder Enderperlen, auch wenn es nicht viele sind. Aber die zwei sind meine. Nein, das sind seine. Nein, der ist ja tot. Der hat sie mir geliehen. Der ist wie Big Brother. Was? Big Brother, bloß noch geileren Titten. Was? Titten Thumbnail Inc. What? Bitte, der huckt mich. Jege Hunde, ne? Ja, jetzt weißt du, wie es ist, an meiner Seite zu sein. Ich bin den Big Brother. Du hast rausgewählt. Du bist der, der keine Titten zeigt. Ja, bitte. Der nicht, der seinen Arsch nicht zeigt. Riecht schlecht, der Junge. Der macht keine Eintrachtquoten. Nein. Ich glaube, ich habe da wieder jemanden umgebracht, ne? Der könnte, keine Ahnung, von so einer Mischung aus Dracula und, keine Ahnung, Flabber sein, der einfach von seiner Stimme... Soll ich ihn noch schlimmer machen? Peter, erinnert mich sehr an Jabba, Sahat. Das war nur... Oh. Ah! Also zumindest Ries, nicht? Yoshi, tu ihm weh! Tu ihm weh! Der ist mal am Ende stehen, eins gegen eins und dann weiter. Yoshi, tu ihm weh! Du musst erstmal leider den anderen wehtun. Du bist mein Bruder! Boah, ich hase Angel, Leute. Mein Bruder! Wo ist er denn? Wo ist er denn? Ich gehe ihn jetzt jagen. Überall. Es ist... It's Weevox P4P! Ey, Mann! Da hast du noch zwei Herzen! Lass den das klatschen! Mich Katze gleich noch! Ja! Ja, Fäckerl! Jetzt hab ich... Ich hab vorhin nur den Abhinein und jetzt hab ich... Mehr als Null! Und wieder einen goldenen Apfel. Noch einen Heiltrank. Töte ihn, Yoshi! Hau auf ihn drauf! Seine Sachen sollen wieder gut gehen! Rausplatzen soll er da raus! Das Platz schon... Der fette Sackler! Von innen auf die Rüstung! Er ist schwager! Und fett! Ähm... Hä? Wirst du grad echt? Lern doch mal! Geht doch! Wirst du grad wirklich? Mike! Er ist da hinten! Ich war schon in der Wallet! Aber... Wofür hab ich denn mittlerweile... ...vier Heiltreike? Diese Blutten! Oh, ich kann gar nicht droppen! Schlappi dir! Hier! Yoshi am Spawn! Wieder volles Leben! Er läuft zu Mr. Moregames Festung! Oh, was? Iiii! I-Git! Da! Kannst du das nicht mal früher sagen? Er läuft zu GMPs Tor! Er läuft zurück zu Mr. Moregames Festung! Er läuft zurück zu GMPs! Er könnte vielleicht gerade Hunger haben! Hä? Woher weißt du das? Geil! Danke! Er hat immer Hunger! Er stört, aber wer hat! Was ist Peter da? Hä? Wieso kann ich nicht fressen? Weil du fett bist! Wir haben dich eigentlich sehr lieb! Ja, ja! Wir dich aber nicht! Das ist eine Intervention! Wir wollen, dass du mit YouTube auflust! Wir wollen das nicht böse, aber... Das ist eine Intervention! Mike, da kannst du auch hinweg! Wir haben dich sehr lieb! Aber YouTube ist doch nicht! Ich bin der Peter! Hi! Hi! Wof, schittig! Er ist der Peter! Er ist geboren auf dem Land in der Merkühe! Er kriegt keine Frau! Er tut, was er kann! Und seine Mutter ist stolz, weil er direkt davon kann! Er kriegt keine Frau! Er ist der Peter! Warum kennt das Lied keiner mehr? Oh, du scheiße bist! Hey, Peter! Schau mal an Essen da unter der Treppe! Also, ich höre was knuspern unter der Treppe! Wer könnte das nur sagen? Knusper, knusper, knäuschen! Gib mir ein J! P! Gib mir ein O! Oh, no! Gib mir ein S! Ähm, warst du das mit ihm? Ja! Ja! Ich würde mal sagen, ich habe euch beide vernichtet! Die eine ist geklitscht hier in der Birne! Ich, 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 ich! Peter! Schau mich jetzt an, wenn ich mit dem Mecker! Hier, hinter dir! Nein! Eintritt! Hier, ich schenke dir das hier! Bum! Bum! Ich bin hinter dir! Hier, hier, hier! Schau mich an, wenn ich mit dir spreche! Du bist kacke! Wenn Mama mit dir redet, hast du zu gucken, Bube! Du gehst das nicht weiter! Nein, 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 nein! Bum! Bum! Nein! Ah, ehrlich! Wenn sie gute Tage hat! Die Linke, wenn sie, wenn die Linke ihre Tage mal nicht hat, die, äh... Hey, da sind die, die letzten beiden! Hallo, meine Freunde! Alter, dieser Junge! Mensch, kein Wunder, dass du erst mit 35 in die Pubertät gekommen bist! Das hat er von dir! Ja, ich weiß! Aber so hatte ich... Musste ich mich lange nicht unten repräsieren, das war vorteilhaft! Huh! Oh oh, das war's für mich! Dann hatte er seinen ersten Kuss! Oh! Das war noch schön damals, vor 100 Jahren! Ja! Das war deine Kindergärtnerin! Oh, die war aber heiß! Nein, die war 130! Ja, und ich, ich 80! Hallo, die hatte trotzdem Doppel-D! Okay, das war vielleicht für die Kon-Aber! Ja, die waren so lustig wie ein Kopfsalat! Ja, die waren so lustig wie ein Kopfsalat! Ja, also, muss das schön gewesen sein! Und Peter hat gewaltige Hänge-Titten! Oh ja! Und natürliche! Er hat wirklich, man muss sagen... 20 Kilo Schweine mit am Tag, sag ich euch! Er hat an seinen Titten nichts gefälscht, die sind wirklich von Natur aus hängend und ekelhaft! Wieso soll ich kommen? Sehe ich so notgeil aus? Ja! Ja, deine Nippel, ne? Ich hab sie letztens gesehen! Du kannst damit so dran spielen, so brrrr, 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 das ist schon sehr beängstigend! Ist das, weil du geil bist, wenn du uns siehst, oder woran dich das? Wenn Peter uns sieht, dann schleifen seine Nippel auf den Boden, denn sonst immer blutig! Ich stell mir grad so vor, wie er... Oh, hey, ich muss noch, ich muss den Zug noch kriegen, schnell die Rolltreppe hochrehen! Ding, 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 ein Knippel, so an der Treppe hängen! Es ist so eklig, weil es wahr ist! Huh! Oh, verdammt! Schatz, ich muss dir eine Geschichte erzählen, mein Liebzeug ist wie in einer Rolltreppe hängen geblieben, das tut vielleicht weh! Ja, Peter und ich, ne, das konnte nichts werden, ich meine, seine Titten sind größer als Mann, das geht nicht! Das kann nicht gut gehen! Jetzt stirbt er auch noch in Aura! Immer als zweites! Das geht einfach nicht! Ja, immer noch besser als die beiden! Ich hab recht gewonnen! Ich glaub, Peter is bad! My message! Scheiße! Peter schneunt! Mensch, ist ja fast so, als könntest du nicht richtig schreiben! Ich wusste, es sind siehe! Du schreibst einfach noch schwarzen Balken und schreibst richtig drüber! Ah, Leute! Vielen Dank für's Zusehen! Peter is scheiße! Yoshi is cool! Abonniert Yoshi! Bis zum nächsten Mal! Ciao! Ciao! Ciao!